Schauen, dass wir alle Bereiche abdecken. Schüße von allen willig zu kommen. Wie alt ist denn der Tor? 22. Scheinlich an sich. Hat der mal Lecker gespielt? Nee, nee. Ich weiß nicht. Der ist bereit. Nächstes Jahr noch besser gegen Tor. Mhm. Nein! Ja, habt ihr gesehen? Was war sein Problem? Ja, habt ihr gesehen? Was war sein Problem? Ja, habt ihr es erkannt? Komm weiter. Hä? Ja, habt ihr eine Idee? Was er richtig gemacht hat? Wir haben ihn vorgelegt. Er ist gekommen. Hat sich die Musik gesucht. Wunderbar, happy night. Dann passt die gerade eben. Ja, ja. Ja. Das ist ja so. Als ich geschossen hab, hat er sich geschossen. Er war noch nicht 100% bereit. Er war noch leicht im Laufen. Ja? Und durch das, durch das Laufen ist er zu spät runter gekommen. Hast du gemerkt? Ja? Ja? Ja. Er muss verkürzen. Aber dann, wenn ich schieße, muss er stehen. Nur wenn ich stehe, kann ich richtig reagieren. Das war gerade das Problem. Okay, ich trage auch nochmal neun. Neun nochmal. Was für ne Größe? Ach gut, der Schrutt? Ja. Ach gut, der Schrutt? Ja. Ja, ich... Was ist der Herr? Das ist ziemlich krass. Was ist der? Kann man was auch in den Namen? Dir auch? Nein. Ich bin gleich mit dem Spott. Ja. 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 Du kannst das alles so anfassen. Ich finde, dass ich hier gesitzt werde. Ach, Mann. Du kannst die Größe anfassen, oder? Ja. 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 Ja, du kannst da, alles ist da. Aber ich finde, der ist ziemlich breit. Mir passiert. Gut. 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 Wie viel kostet der Nummer der Breiterszeit? Nein. 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 Das wäre halt dann eine Reine. Nein. 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 Ich überleg noch was. Eigentlich ein Dings für uns. Stano. Und halt... Stano, die würde ja erst reden. Und dann ist es bei Feuchte, wenn es im Messer ist, den Dings für uns. Leck dich. Auch euch. Ach euch. Hast du den auch noch gekauft? Ja, ja, ja. Vorgänger, Mutter. Sonderfragen. Das ist aber besser. Ich finde das. Kannst du mal rein spielen. Ja, ja. Ha? Einen musst du ja machen, ne? Ich wollte euch gerade erst sagen, dass ich es jetzt ernst mache. Hab ich vergelten dazu zu sagen. Sorry. Hey. Wie ist es mit ihr? Ja. und